Moin Moin, ich bin´s, euer Flatti. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr wundert euch bestimmt gerade, warum ich so ein komisches Outfit anhabe. Das liegt daran, dass ich vorhin ein TikTok gedreht habe. Das Ergebnis verlinke ich euch in der Beschreibung, falls ihr euch das angucken möchtet. Aber mein Outfit soll ja nicht das Thema in diesem Video sein. In diesem Video möchte ich nämlich eine Frage klären. Werde ich die Nominierung von Ramses der Dicke zu der Besteck Crew Challenge eine große Flasche Jägermeister wegzuechsen annehmen? Und die Antwort lautet NEIN. Und warum werde ich die Challenge nicht machen? Ganz einfach. Ich bin einer, der fast nie Alkohol trinkt und wenn ich dann auf einmal so eine riesen Flasche Jäger Jägermeister wegzuechsen würde, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass das heftige gesundheitliche Konsequenzen bei mir haben wird. Ich hoffe ihr habt Verständnis, dass ich die Challenge nicht machen werde. Aber die Gesundheit geht nun mal vor. Und das war es jetzt auch wieder mit dem Video. Ich hoffe euch hat dieses kurze Video dennoch gefallen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch! Wenn auch ist, wenn es wiederklief geht, dann kann ich gerne sagen können, wenn es wieder dauert. Und da요? Nein, auf dich fallenons? Untertitelung des ZDF für funk, 2017